Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Thema Differenzation am Computer. Und das sowohl 2D als auch 3D. Also wir wollen Ableitungen von Funktionen berechnen. Hier zum Beispiel ein irgendwie gearteter verschobener Sinus. Und die Fläche hier drauf ist die Tangentialfläche, die wir da berechnen. Ich möchte da vorweg die folgenden Worte davor schieben. Es gibt, nennen wir es, drei Hauptansätze um Differenzation am Computer, oder sagen wir mal, um mathematische Ableitungen am Computer zur Verfügung zu haben. Gibt es also die althergebrachte, ich leite es von Hand auf ein Blatt Papier her und programmiere dann die Ableitungsfunktion in den Computer ein. Ja, eine Möglichkeit, aber sehr arbeitsintensiv und überall, wo menschliche Arbeit notwendig ist, ist natürlich auch immer eine Quelle präsent für potenzielle Bugs. Wenn ihr euch beim Ableiten vertut oder beim Übertragen in ein Computerprogramm. Der zweite Ansatz, und um den soll es in diesem Video heute vorerst der Einfachheit halber zunächst mal gehen, die sogenannte finite Differenzierung. Und der dritte Ansatz, die algorithmische Differenzierung. Und die finite Differenzierung kann immer wieder auch mal nützlich sein im Verhältnis zur algorithmischen Differenzation. Persönlich würde ich immer letzteres, also die tatsächliche algorithmische Differenzation empfehlen, womöglich. Aber manchmal gibt es Edge-Cases, gibt Randfälle, wo man vielleicht nicht anders kann, als sich mit finiter Differenzierung zu behelfen. Beziehungsweise auch kann man die finite Differenzierung heranziehen und nutzen, um die Resultate der algorithmischen Differenzation zu verifizieren oder abzutesten, wenn man selber ein Modul für algorithmische Differenzation geschrieben hat und jetzt prüfen möchte, ob die Ableitungen dann noch alle korrekt berechnet werden. Na gut, so viel der Ankündigung und des Vorworts. Lasst uns doch gleich in die Materie sprengen. Also hier der Code, den wir hier sehen, das ist der Plotting-Code. Das ist sozusagen das Ziel des heutigen Videos, den Ableitungsprozess gewissermaßen zu automatisieren. Im Übrigen, so viel sei vorweg dazu auch noch gesagt, hier ist übrigens die Funktion, ja, das ist die Funktion f von einem Vektor, von einem Vektorargument x und gibt zurück Sinus von der Summe der beiden Einträge in dem Vektorargument x. Hier oben ist eine Zeile, Zeile 13, die ist jetzt nicht zwingend wichtig für die Ausführung dieses Skriptes in seiner jetzigen Form. Hierbei handelt es sich bei diesem AddContracts um eine statische, statischer Typen-Check plus Input-Validierung. Also dieses AddContracts checkt, dass das Array, das da reinkommt, genau zwei Komponenten hat, nicht mehr und nicht weniger und dass der Return Value, also das, was die Funktion zurückgibt, ein Array, der Länge 1 ist, nicht länger und nicht kürzer. So, aber ansonsten die eigentliche Magie findet hier statt. Add Jacobianize. So, diese Funktion, dieser Dekorator ersetzt jede Funktion durch ein Pandang, das nicht nur die mathematische Funktion als solches berechnet, sondern gleichzeitig auch die Jacobi-Matrix mit hinterher schiebt. Vorausgesetzt, bestimmte Input und Output-Annahmen bezüglich des Interfaces der Funktion bleiben gewahrt, slash sind erfüllt. Nun gut, das ist also das Ziel, das wir heute erreichen wollen. Wie kommen wir da hin? Als erstes mal holen wir uns mal die NumPy-Library rein, das ergibt schlicht und ergreifend Sinn. Als zweites hole ich mir mal hier, ja, N2LA ist ein Paket, an dem ich gerade schreibe, für diese Videoserie eigentlich, ja, das ist nicht das einzige Video, es ist eingebettet in einer längeren Serie. Das N2LA steht für Numerical Non-Linear Algebra und darin gibt es ein Subpaket Utils und ein Modul Linear und da können wir uns dieses EI beziehen. Sorry, da können wir uns Canonical Unit Vector beziehen, das ich jetzt hier intern EI umgenannt habe. Dieses, hier sind wir hier drin, N2LA, Utils, Linear. Hier ist nicht viel drin, außer eben genau diese eine Funktion, die benutzt die NumPy-Funktion, um kann ich im Übrigen mal auch ganz kurz in der Konsole vorführen, die Zeit haben wir. Wenn ich jetzt hier NumPy, hier unten in der Konsole, wenn ich jetzt hier mal NumPy importiere und dann kann ich jetzt hier sagen NumPy I von 1 und Längs, Längs, sagen wir mal zum Beispiel 4 und für K sagen wir 0, ja, dann bekommen wir hier so ein Array, das nur aus Nullen besteht und ganz vorne eine 1, der sogenannte kanonische Einheitsvektor, der erste kanonische Einheitsvektor und jetzt kann ich hier diese Ks durchswitchen, dann bekomme ich den zweiten kanonischen Einheitsvektor, K2 bekomme ich den dritten kanonischen Einheitsvektor und mit vier Einträgen, K3 den letzten kanonischen Einheitsvektor, aber natürlich kann ich auch hier, was weiß ich, 5, so, dann ist der Vektor um einen länger, dann könnten wir hier auch mit K4 entsprechend noch einen dranhängen, also den nächsten uns holen. Ja, also das ist eine Funktion, die kanonische Einheitsvektoren produziert und ein kleiner Rapper, ein schwacher Rapper um die NumPy-Funktion ist für ein bisschen Convenience. So, gehen wir also zurück zu Underscore-Prox. Wir holen uns also diesen kanonischen Einheitsvektor und weil das ein langer Name ist, nennen wir ihnen EI um, weil das häufig in Mathe-Vorlesungen oder in Mathe-Unterricht, kanonische Einheitsvektoren werden häufig als EI oder EN symbolisch ausgedrückt. So, als nächstes, noch ein bisschen Typing ist nicht schlecht, was holen wir uns da? Wir holen uns Any, Union, was auch immer, ein bisschen Zeug, gucken am Ende mal, was davon tatsächlich gebraucht oder benutzt wurde. So, der Clou ist jetzt, wir wollen ein zunächst erstmal, genau, finite Differenzierung. Was ist das überhaupt? Schreiben wir uns mal hier einen kleinen Kommentar dazu. Jetzt wird mir Pyjump sagen, einfach angestrichene Anführungszeichen soll es nicht sein. Besser wäre doppelt für Dokumentation. Na, dann erfüllen wir Pyjump diesen Wunsch. So, mathematisch gesehen, wenn ich jetzt eine Funktion slash partial nach slash partial x, f von x, y zum Beispiel, wenn ich jetzt die, oder machen wir mal vorher noch den ganz einfachen Fall, d nach dx, im eindimensionalen f von x, gerne auch geschrieben als f' von x, ist mathematisch definiert als der Limes, h geht gegen 0, allerdings aus dem Positiven kommt, so h geht gegen 0, haben wir hier f von x plus h minus f von x geteilt durch h. So, das ist ein Grenzwertübertritt. Wir haben hier einen Quotienten und für diesen Quotienten machen wir einen Grenzwertübertritt, schicken h gegen 0 und dann wird daraus die Ableitung. So, und jetzt können wir am Computer also versuchen, Ableitung, naja, nicht wirklich zu berechnen, sondern zu approximieren, indem wir jetzt da sagen, wir lassen das Limes unter den Tisch fallen. So, ja, also der Grenzwertübertritt, den können wir am Computer so nicht ohne weiteres vollziehen, also sagen wir einfach, na gut, dann eben f' von x ist also approximated, das ist so ungefähr, einfach die definierte Differenz, so für ein, für ein h sehr klein, also wir wählen ein ganz kleines h. So, was sehen wir jetzt also hier, wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Funktion f, lasst sie uns fun nennen, für Function, die da ist ein callable, und zwar ein callable, das ein numpy and array annimmt und ein numpy and array zurückgibt. Was wir auch brauchen, ist ein xref, das ist dementsprechend auch ein numpy and array, und wir brauchen zumindest mal schon mal ein, dieses, dieses h. Jetzt sagen wir mal, das ist ein optional und dem geben wir erstmal vorab einen, in Anführungszeichen, kleinen Wert. Jetzt hängt es davon ab, was man hier also tatsächlich für eine Funktion rein schickt, dass man dieses h vielleicht anders wählen möchte, aber Pi mal Daumen als heuristischer Wert ist 1.0 e minus 8 in den meisten Fällen schon mal eine ganz gute Größenordnung. So, was wir jetzt hier im Kommentar zusammen gesammelt haben, ist ja jetzt aber erstmal der univariate oder eindimensionale Fall. Implementieren wollen wir aber gleich vektorwertig, deswegen ja hier schon mal diese umständliche, umständliche Schriebs für eine mehrdimensionale Funktion, ähm, beziehungsweise, sagen wir mal hier, x i, dann x 0, x 1, Punkt, 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 bis x, n minus 1 oder so, ja. Ja, kurz zusammengefasst, äh, partial i von fx, also wir wollen die i-te Stelle ableiten, so. Und das ist jetzt hier auch ganz ähnlich, ähm, definiert, sagen wir also auch wieder, es gibt dieses, dieses skalarwertige h, das wir gegen 0 schicken, ähm, und es gibt hier wieder einen, äh, Bruch, weil wir hier auch wieder sagen, wir teilen durch h, ähm, weil ich vermutlich gleich mehr Platz brauchen werde, schieben wir das Ganze mal einfach in die, ähm, in die nächste Zeile, so, ähm, so, und hier haben wir jetzt auch wieder fx, achso, halt, äh, eine Sache möchte ich hier oben vielleicht doch noch schnell anpassen, dann nennen wir das jetzt mal hier lieber gleich fxref, um es mit dem ähm, eingabesystem, hier oben, äh, ein bisschen zusammenzubringen, so, xref, und, äh, hier xref, äh, xref, xref, und dann hier natürlich xref, ähm, und dann schreiben wir wenigstens hier noch xref, ja, also sagen wir mal so, also, äh, so, äh, so, xref ist, so, x0, x1, und x, äh, n-1, passt gestrichen in die Zeile, äh, dieser vertikale Strichdarm im Übrigen bedeutet nach der PEP8, ähm, ähm, äh, es gibt eine Vorgabe, wie breit Python-Skripte pro Zeile höchstens werden sollten, das ist eine, ist eine strenge Empfehlung, ähm, aber erfahrungsgemäß ist es ganz gut, äh, diese, diese Empfehlung, dieser, einer solchen Empfehlung zu folgen, äh, dieser Empfehlung zu folgen, und aufs Zeichen hat es jetzt hier gepasst, so, ähm, genau, dann haben wir hier nämlich auch jetzt, äh, der, der, der Differentialquotient ist dann also auch wieder fxref plus h mal, und jetzt kommt dieses ei ins Spiel, ja, der kanonische Einheitsvektor, und dann hier minus fxref, äh, so, und das Ding gibt uns, ähm, genau, das Ding gibt uns die finanzielle Ableitung von f nach der, nach der Eton-Komponente, so, und dann jetzt hier natürlich an der Stelle auch wieder, machen wir mal so, äh, 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 das heißt, dann können wir jetzt hier auch wieder sagen, okay, partial i, äh, von f, an der Stelle xref, ist, aprox, äh, auch einfach wieder dieser Quotient, so, und jetzt, dieser Quotient, ähm, der wird genannt, finite Differenz, weil hier haben wir ja, äh, äh, Grenzübertritt, ja, das ist ja quasi Limes-Differenz, wenn man so will, und hier unten sagt man, dass die finite Differenz, da wir den Grenzübertritt, ähm, weglassen, und dann auch wieder 4h very small, äh, und jetzt noch, äh, so, das hier ist ja die, ja, die univariate, ähm, derivative, also die univariate Ableitung, ähm, hier haben wir jetzt die, äh, multivariate derivative, also die multivariate Ableitung, und als allerallerletzte Eskalationsstufe, äh, jetzt noch die directional derivative, so, jetzt brauchen wir wieder eine neue Schreibweise, ähm, jetzt wird es umständlich, weil es hier keine eineindeutige Schreibweise für gibt, äh, jeder schreibt es anders, ich schlage jetzt einfach mal das folgende vor, wir sagen, äh, partial xdir, das dir steht für Direction, von f, ähm, xref, ja, das ist also eine, eine, eine Richtungsableitung, zumindest der deutsche Begriff Richtungsableitung, eine Richtungsableitung, äh, von f an der Stelle xref in Richtung xdir, so, und, äh, die ist definiert, äh, auch wieder über, durch so einen Grenzübertritt, ähm, 0 kleiner gleich, äh, h geht gegen 0, äh, von, äh, von, wir teilen hier trotzdem nur durch h, und zwar von f, äh, xref, plus h mal xdir, mal, äh, minus f von, ähm, xref, und dann entsprechend ergibt sich die entsprechende finite Differenz, ähm, so, xdir, fxref ist ungefähr, so, äh, xdir, so, und das Ding, oder, das Ding hier, das wollen wir jetzt implementieren, das heißt, jetzt sehen wir hier, oh, okay, wir brauchen also noch eine, äh, Direction, also packen wir hier noch ein x, äh, dir dazu, and the array, so, 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 warum, äh, letztendlich, ähm, äh, wollen wir ultimativ jacobi-Matrizen, ähm, 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 jacobi-Matrizen, äh, berechnen, und jacobi-Matrizen unterm Strich letztlich sind, äh, ja, die jacobi-Matrix von f an der Stelle xref ist definiert als, äh, einfach, äh, alle partiellen Ableitungen, äh, also die partiellen Ableitungen zu, äh, alle partiellen Ableitungen, äh, vielleicht sollten wir hier noch sagen, so, f von r nach r und hier sagen wir entsprechend f von r hoch n nach r hoch m vielleicht, ähm, ähm, und hier unten entsprechend dasselbe, so, also der Punkt ist, wenn wir alle partiellen Ableitungen zusammen, äh, nehmen, jeder von diesen partiellen Ableitungen ist ein, ähm, ähm, ist ein Vektor, ja, ja, genau, äh, jeder ist ein, ist ein Vektor und den kann man auch schon gleich als Spaltenvektor nehmen und wenn man all diese Spaltenvektoren zusammensetzt zu einer Matrix, dann kommen wir hier zu einer, äh, 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 Matrix, die da hat, äh, m Zeilen mal n Spalten, so, äh, so, das heißt mit anderen Worten, wir können die jacobi-Matrix berechnen, ähm, ähm, sobald wir in der Lage sind, partielle Ableitungen zu berechnen und partielle Ableitungen, ähm, ähm, ergeben sich als Directional Derivatives, wir müssen hier als xdir entsprechend immer nur hier die, äh, die, äh, Einheitsvektoren ei, äh, äh, durchreichen, so, uns geht es jetzt aber in der Funktion hier primär darum, äh, Directional Derivatives, äh, zu berechnen, so, jetzt haben wir schon gesagt, äh, also wir brauchen die Funktion, wir brauchen xref, wir brauchen xdir, wir brauchen h, äh, äh, eine Sache kann man sich hier, muss man nicht zwingt tun, aber praktischerweise vielleicht nicht ganz doof, wir sagen mal, wir, äh, lassen uns auch, ähm, ähm, äh, wir lassen uns auch ein, ähm, ND Array zusätzlich, äh, optionalerweise ein ND Array übergeben, fx, und zwar warum? Weil, wenn wir uns diese ganzen partiellen Ableitungen angucken, wir brauchen jedes Mal, egal welchen kanonischen Einheitsvektor wir wählen, wir brauchen immer wieder dieses fxref. Und das können wir dann jedes Mal entweder ad hoc neu berechnen, oder, äh, wir lassen es uns hier entsprechend zusätzlich übergeben. Ähm, so, aber was ist jetzt hier das Problem? Statement seems to have no effect. Äh, achten. Ein Doppelpunkt starten ist gleich, so, genau, also, ähm, das braucht man nicht zwingt, aber man kann sich hier ein fx übergeben lassen für die Auswertung von fxref, äh, oder vielleicht dann hier auch direkt so fxref. So, das ist dann auch das Erste, wonach wir jetzt, ähm, gucken. Ich möchte mal vielleicht den Kommentar ganz kurz einklappen, damit ich hier das Interface besser sehe. Und wir können jetzt sagen, so, if fxref is none, äh, dann, ähm, lassen wir, dann, dann berechnen wir es jetzt, ähm, ad hoc. So, damit haben wir jetzt unser, ähm, fxref. So, als nächstes kommt jetzt dann die eigentliche, äh, äh, finite Differenz oder Directional Derivative. Nanu, das hat hier mein Kopiervorgang versagt. So, so, Directional Derivative ist ein NP and the Array, wo wir nichts weiter machen, als genau, ähm, diese finite Differenz, äh, wir hatten es jetzt hier, da, äh, das Ding hier, ja, äh, fxref plus h mal xdia minus fxref geteilt durch h, wo wir also genau diese finite Differenz, äh, implementieren. Damit haben wir sie jetzt zu unserer Verfügung, ähm, können uns hier oben im Übrigen noch eine letzte bult'sche, ähm, flag, äh, so, hier optional, eine letzte bult'sche flag, äh, geben, dann setzen wir die mal false. Und jetzt sagen wir, äh, wenn, äh, get fxref, ähm, true ist, ja, dann, äh, return die Directional Derivative, aber eben auch das, äh, fxref. Und wenn sie eben nicht wahr ist, dann geben wir halt, äh, ausschließlich die Directional Derivative zurück. Das heißt, also hier oben, ähm, gibt's, äh, als, äh, Rückgabe-Typen können wir jetzt sagen, na, also entweder ist es halt nur ein, äh, äh, ND Array, äh, wenn get fx, äh, false ist, und ansonsten ist es halt eben, äh, äh, ein, äh, ein, ein Tuple, äh, mit kleinem t natürlich, seit, das ist Python 3.9, ich glaube schon, ne? Ähm, so, und ansonsten gibt's ein Tuple zurück mit, äh, 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 zwei, äh, ND Arrays, nämlich einmal die Directional Derivative und einmal der Funktionswert am Referenzpunkt. So, damit ist die Directional Differentiation fürs Erste fertig und auf Basis dessen können wir jetzt, ähm, den Dekorator für die Jacobi-Matrix, ähm, programmieren. Also sagen wir class jacobianize, so, äh, leiten wir ab von Object. Nun, Klassen soll man eigentlich mit Großbuchstaben schreiben, das ist was, ähm, äh, PyCharm hier eben gerade weiß, äh, unterstrichen hatte. Jetzt ist es grün unterstrichen, weil er findet, da ist ein Rechtschreibfehler drin, hat er auch recht, äh, aber ich möchte es nicht, äh, groß schreiben, äh, weil wir mit der algorithmischen Differentiation auch, äh, 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 ein Jacobianize, äh, 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 Dekorator programmieren, ähm, der aber auf diesen zusätzlichen Parameter h verzichten kann. Die algorithmische Differenziation approximiert Ableitung nicht, sondern berechnet sie im Rahmen der Rechengenauigkeit exakt. Dann brauchen wir dieses h nicht und da können wir diesen Dekorator nämlich direkt als Funktion implementieren und nicht als Klasse. So, aber hier, äh, ist es jetzt eine Klasse, weil wir brauchen ein Feld, nämlich das, äh, H-Feld, dass das eine float. So, äh, dann geben wir uns eine init, so, also die init ist, äh, optional, äh, float, äh, ist, äh, 1.0 e-8, hier ist auch wieder dieser, äh, heuristische Default-Wert, so, und dann können wir sagen, so, selfhsh, wobei ist die Klasse befüllt und als, äh, äh, letzter Akt des Tages, äh, äh, geben wir uns, äh, die, geben wir uns eine Call-Function, args, quarks, nein, brauchen wir nicht, sondern es gibt nur ein, ähm, Argument und das ist eine Function, so, und das, äh, nicht irgendeine Function, sondern, ähm, genau auch mit demselben, ähm, erwarteten Eingabemuster wie hier oben auch bei der Directional Derivative, also nimmt ein NP-Array als Argument an und gibt ein Array als Return zurück. So, ähm, und dann können wir hier direkt Def, äh, Wrapper, ähm, eine Wrapper-Function definieren, es soll ein Dekorator werden, also müssen wir jetzt die Funktion Fun durch eine neue Funktion ersetzen, die an ihrer Stelle treten soll, ähm, die aber die gleiche, äh, das gleiche Input-Muster aufweisen soll, also nimmt ein Array an, gibt ein Array zurück, also nimmt sein Array an. Ähm, geben denen aber doch noch eine zusätzliche Flag, und zwar, äh, derive oder differentiate, bleiben wir bei derive. Ähm, so, äh, ähm, äh, gibt auch ein optionales, äh, bool, das ist von Hause aus erstmal überraschenderweise False, ähm, aber, ähm, da muss es auch, vielleicht wollen wir ja gar nicht immer ableiten, so, das Ableiten soll ein Feature sein, das wir beliebig dazu schalten können und nicht nervigerweise immer es explizit abschalten zu müssen. So, ähm, so, dieses X ist, ist einerseits das Argument X und zugleich auch das Xref, äh, äh, wie hier oben. Ähm, und das heißt also, als allererstes mal holen wir uns einen Funktionswert ab, ja, also dieser Wrapper ruft jetzt die Funktion Fun auf, wertet sie an X auf, aus und, äh, äh, legt sich das Ergebnis mal zwischen. So, und jetzt können wir als nächstes fragen, ähm, ähm, äh, wenn wir überhaupt gar nicht differenzieren wollen, dann sind wir an der Stelle ja auch schon fertig und geben einfach den Funktionswert 1 zu 1, äh, so zurück, wie wir ihn gerade berechnet haben. Andernfalls holen wir uns einmal jetzt die Länge von X ab. So, an der Stelle ist es jetzt von zentraler Wichtigkeit zu wissen und zu garantieren, dass X nicht nur andachtsweise ein Array sein soll, sondern wirklich ein Array ist. Nun hatte ich, ähm, gestern ein Video hochgeladen, wie man, ähm, statische Typisierung erzwingen kann, und genau darauf möchte ich jetzt, äh, zurückgreifen, denn wir klatschen jetzt über diesen Wrapper ein Contract drüber. Wir sagen, Xref ist ein eindimensionales Array von einer beliebigen Länge und diese beliebige Länge nennen wir N. Äh, äh, einen anderen Trick, den ich jüngst kennengelernt habe und den wir jetzt hier an der Stelle auch gleich mal mit einbringen. Wir holen uns von dem Python-Paket Funktools, äh, Wraps ab und dann können wir hier, äh, äh, außen drum sagen, add, äh, Wraps, ähm, Fun. So, was macht dieses Wraps? Dieses Wraps kopiert Metainformationen von Fun selber und überträgt sie an den Wrapper, damit dieser Wrapper von außen so täuschend echt wie nur irgend möglich aussieht, als wäre es die ursprüngliche Funktion Fun. Das heißt also, dass der DocString erhalten bleibt, dass der Name der Funktion der gleiche ist und ein paar andere Dinge. So, dass dieses Wrapper also wirklich, na, diese Zeile hier, die brauchen wir eigentlich nicht zwingend. Auch diese Zeile brauchen wir nicht zwingend, wenn wir da großes Vertrauen drin haben, dass hier nur Arrays reingegeben werden. Aber es ist schön, statische Typisierung erzwingen zu können und es ist schön, ein bisschen Metainformationen übertragen zu können. Ja, also das sind im Wesentlichen zwei optionale Zeilen hier. Ähm, ansonsten f von x ist von x, bla, bla, bla. So, jetzt wissen wir an der Stelle, also todsicher, x ist ein Array und ist es auch eindimensional, also können wir uns direkt hier die Länge n abholen gehen. So, und als nächstes asserten wir auch mal gleich, ähm, dass dieses n echt positiv ist. Also, dass hier nicht irgendjemanden Spaß gemacht hat und uns ein leeres Array übergeben hat. So, und dann können wir nämlich gleich als nächstes, ähm, sagen wir uns mal, ich hatte ja gerade vorhin gesagt, ähm, das hatten wir hier oben in der, in dem Doc String gehabt. Im Übrigen würde ich da vielleicht auch mal, ich hab hier oben die univariate Ableitung nur von, als Einstieg geschrieben, äh, hier machen wir nichts univariates im Speziellen, also einfach weg damit, ähm, und, äh, die multivariate Differenzation, bababab, das ist zwar alles im Prinzip richtig, äh, aber passt im Grunde genommen eigentlich besser hier zu unserem Dekorator. Packen wir es mal da hin. So, und hier hatte ich vorhin gesagt, okay, eine Jakobi kann ich aufstellen spaltenweise, indem ich hier lauter, äh, partielle Ableitung berechne, mit Hilfe der Directional Differentiation, ähm, das heißt, holen wir uns doch erstmal zunächst diese ganzen Spalten alle ab. Wir rufen also die Directional Differentiation auf, übergeben ihr die Funktion fun, äh, sagen ihr, was der Referenzpunkt für die Ableitung ist, das ist natürlich x, und jetzt sagt, übergeben wir ihm auch die, äh, äh, Ableitungsrichtung, in die wir Richtungsableitung berechnen wollen. Wie oben ja schon gesagt, partielle Ableitung und partielle Ableitung berufen auf den kanonischen, beruhen auf den kanonischen Einheitsvektoren, das heißt, hier geben wir ei rein. So, ei ist n lang und, äh, wir übergeben alle Einheitsvektoren, das heißt also, for i in range n. So, für jeden Einheitsvektoren berechnen wir die Directional Derivative, die, die Richtungsableitung und holen uns eine Spalte der Jakobi Matrix auf diese Weise ab. So, ähm, fx haben wir ja hier vorab auch schon berechnet, können wir auch direkt übergeben, da muss die Directional Differentiation, äh, f nicht immer wieder am Referenzpunkt, äh, berechnen. Allerdings hieß es nicht fx, es hieß, ähm, fxref. Ähm, und schlussendlich, äh, für h übergeben wir das, äh, in der Dekorator-Klasse hinterlegte h. So, damit haben wir jetzt alle Spalten. Und weil wir damit alle Spalten haben, können wir das im Grunde auch eigentlich direkt mit, äh, NumPyArray direkt als Matrix casten. Das Dumme ist jetzt nur, wir haben uns, äh, lauter Spalten abgeholt, aber NumPy wird die jetzt alle als, äh, Zeilenvektoren interpretieren. Das ist aber kein, äh, Beinbruch. Wir sagen einfach transpose, ja, transponieren. Damit werden aus allen Zeilen plötzlich wieder Spalten. So, und das ist dann auch schon unsere Jakobi Matrix. Äh, jetzt alles nur noch mal ein bisschen einrücken, nachdem ich eben schon gerade alles eingerückt hatte, äh, können wir jetzt direkt dahin gehen und sagen, so, return fx, vorneweg ist mehr der Funktionswert natürlich, und hintenweg die Jakobi Matrix. Und insgesamt, immer noch, ist ja, huch, ist hier los, immer noch, ist ja ein Dekorator, und der, äh, Dekorator muss die Wrapper-Function zurückgeben, weil hier oben kommt ja die Ursprungsfunktion rein, und sie wird durch die Wrapper-Function ersetzt, weil die Wrapper-Function wäre, und die Wrapper-Function modifiziert den Funktionsaufruf von Fun, indem sie außen drumherum, äh, Dinge tut. In dem Fall Richtungsabletzung berechnen. So, das war's dann im Grunde auch schon. Wir sind fertig mit der Directional Differentiation. Ähm, gehen wir hier zurück in unser Plotting-Skript und können hier auf das Underscore-Aprox einfach, ähm, umschwenken, äh, lassen das, äh, Skript nochmal laufen, und siehe da, hier ist wieder unsere Sinus-Funktion, und da ist wieder unsere Tangential-Fläche. So, hier haben wir unsere Univariate, äh, Differenzation, wenn ich von der Seite drauf schiele, und, äh, wenn ich, äh, aus einem anderen Blickwinkel drauf gucke, dann sehen wir die 3D-Ableitung, die Multivariate-Differenzation. Das heißt, wir können jetzt beliebige Vektorfunktion, ähm, näherungsweise ableiten. Und in einem, einem der Folgevideos gucken wir uns dann das Ganze an mit algorithmischer Differenzation. Und insofern, äh, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, ähm, abonniert und, beziehungsweise subscribt den Kanal, wenn euch gefällt, was ich, was ihr hier seht. Äh, lasst mir gerne ein Like da, und, äh, ich möchte gerne mit euch in Interaktion treten, also, ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Fragen, Anmerkungen, Diskussionen, bitte alles einfach unten rein, ich werde das alles lesen. Und ansonsten, war's das und ciao, ciao!